Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach schnell das Kopf-Outfit bekommen könnt und auch abspeichern könnt. Ja, ihr habt richtig gehört. Man kann jetzt mittlerweile das Kopf-Outfit bekommen und auch abspeichern. Ja, was braucht ihr dafür? Ihr braucht auf jeden Fall die Hilfe eines Freundes, denn euer Freund muss sich einen Job markieren. Die Jobmarkierung werde ich euch in der Videobeschreibung verlinken. Ja, wenn euer Freund sich den Job markiert hat, dann soll er den einmal starten und uns eine Einladung schicken. So ist die Einladung dann da. Einfach annehmen. So sind wir dann im Jobmenü drin. Kann unser Freund einfach den Job starten. Er muss dann nichts umändern im Menü. So, ja, ihr müsst auf jeden Fall nur sehen, dass ihr im Team Abfänger seid. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ja, Team Läufer bekommt das Kopf-Outfit Licht. Leider nur Team Abfänger. Und ja, wenn ihr im Team Abfänger seid, dann einfach bereit zum Spielen. Warten wir einmal, bis der Job startet. So, wenn es der Job startet, fahren wir einfach mal ein paar Meter nach vorne und dann seht ihr, dass wir jetzt schon das Kopf-Outfit dann anhaben. Ist das der Fall, dann gehen wir einmal ins Interaktionsmenü. Dann gehen wir auf Stil, auf Accessoires, die Handschuhe wechseln und dann können wir den Job ganz einfach übers Handy verlassen. So, wenn wir jetzt in der Lobby spawnen, seht ihr, wunderbar. Wir haben auf jeden Fall jetzt das Kopf-Outfit und das können wir jetzt ganz einfach im Bekleidungsladen abspeichern. So, im Bekleidungsladen angekommen, können wir das Outfit ganz einfach abspeichern. So, ich nenne das einfach Kopf. So, Kopf. Einfach abspeichern. Ich speichere es lieber nochmal ab. So, und jetzt ist das Outfit auf jeden Fall abgespeichert. Ich kann es jetzt einmal zeigen, einmal das Outfit switchen. Ihr seht, ich bekomme wieder das Kopf-Outfit. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.